Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelt und dann behauptet, der hatte gemobelt, dass sie eine tolle Philosophin ist und sie dann zugebt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen. Und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Buch, an der Stelle, das ist der Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist der, dass sie nicht die Art Frau ist, die der Prinz will. Der Prinz will eine Emilia, der will eine Bauernmädchen. Ich habe Hunger. Willst du auf Pizza? Ja. Scheiße, das Geld ist weg. Wer ist denn so asozial und klaut auf einer Party Geld? Ich habe das Geld genommen. Ja, man, Ben will die Kohle jetzt immer schon gleich. Du gibst unser letztes Geld für beschissenes Dope aus. Das ist nicht beschissen. Miros. Kein Bock. Das geht. Das hat mich vor. guides timely. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020